. Wir machen einen kurzen Prozess. Soll er da nicht durchziehen. Sehr schön, wirklich sehr schön. Ende, wenn er jetzt einen Block platziert. Das hin. Soll man jetzt hier noch. Die Trennwand muss natürlich noch hoch. Wenn er da jetzt noch Trennwände rein macht. Kann man da Betten reinstellen. So auf der Ebene. Hätten wir hier noch 13 Mal zu vermieten. Das vermieten. Tja, du musst jetzt drucken um durch die Tür zu kommen. Ich muss dann natürlich ein Fenster an. Das ist das Luxus Zimmer mit extra vielen Fenstern. Sehr schön. Hier ist ein Eingangsbereich. So Betten. Meine gemoddeten Betten. Sehr schön. Die Hohen. Könnten Sie mal. Gehen Sie. Ich werde ihn wieder im Bett. Er hat nicht bezahlt. Gut. Woher. Das ist Schneefreie. Doppelbets. Das ist ein Doppelbettenzimmer, so muss das zu Laternen. Ihr könnt euch auch hier noch rein. Jetzt machen wir eine Ausstattung. Hier muss natürlich auch noch. Vor allem im Nachbarzimmer natürlich nichts. Wenn ich auch noch das hier... So... So... Jetzt können wir hier 3 übernachten. 2 und 1 Pärchen. Wunderschön. Sehr schön. Es wird noch gleich viel heimlicher. So... 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 Ah, verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Hier fehlt noch eine Tür Dann machen wir es vielleicht so, dass wir hier Sehr schön Das waren die Türen, die wir benutzt haben Sehr hübsch Einen Tisch haben wir hier keinen Stell hier einen Kartentisch hin Machen wir es mit Slaps Keine Rezeption hier Okay, eine Kiste ist doch hier relativ Ähm, Backen Die Bitten brauchen wir ja nicht mehr 5 Euro die Nacht, wir sind billig 50 Euro die Nacht Bisschen teuer Okay, bräuchten wir Stufen Treppen bräuchten wir Ein kleiner Sitzpfadbereich Wenn man hier reinkommt Ein Gemälde natürlich Oh, Fenster könnte ich auch mal rennen Ist auch nicht schlecht Ein kleiner Sitzpfadbereich Ehm, Klinakos Klinakos Doch nicht so groß Doch nicht so groß Etwas kleineres Bild Nicht so klein Okay Hm, okay Okay Oh, no Ich kriege hier auch noch ein kleines Bildchen Um das Bett gehängt Okay, Tiefmodus ist das Abbauen natürlich auch immer ein bisschen Hier ist ein riesiges Bild Hallo Nachbar So werden wir hier nie fertig Wenn doch hier schon mittelgroß ist In dem Gemälde komme ich halt wirklich nicht zurecht In dem Gemälde Acheik Aberrr sorbi In dem gemälde Cieller Unden Série Ego hier so hübsch diese mit einem kleinen bild in anderen es hat verschiedene preisklassen jetzt müssen wir nur auf die untere Ebene was ist mit dem Schlafbereich was gibt es mit dem Schlafbereich das haben wir hier natürlich noch nichts Alter was ist denn hier los ich finde hier könnte ich hier könnten eine Bar im Eingang, ne die Bar würde ich da hinten hin machen da hinten eine lauschige Ecke so 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 sehr schön wir müssen natürlich auch noch irgendwie Laternen hin die sterben die Schlafbereich vielleicht sehr effektiver mit dem Schwerz Hier noch Türen rein, ja ja nicht würde ich sagen, im Außenbereich, ich kaufe nichts. Kommt der Zahl in der Kundschaft vorbei, hier wollen alle nichts zahlen hier, sonst gibt es hier nichts. Kommt auf einmal so viele Clipper her, das sind ja unnormal viele. So viele gibt es normalerweise auch auf der ganzen Map nicht. So, auf jeden Fall kommen wir noch mit Zaun hin. Das können wir gebrauchen. Mit einem kleinen Bauch aufbauen. Okay, hier wird alles geschenkt. Mit einem Sonder. Da kommt dann die ganze Gebäude rein. Sehr schön, hier kann der Ausschrank stattfinden. Da brauchen wir hier natürlich Türen. Ein zwienichtiger Türen im Eck. Zvon. Wir haben noch nicht geöffnet. Gut, bitte gehen Sie. Sehr schön, ist jetzt zum Stehen. Hier gibt es noch eine kleine Sitzecke. Daraus brauchen wir natürlich auch noch ein paar. Wenn zwei Tische, die die draußen essen wollen. Schlüssel Lagerfeuer hier. Schlüssel Lagerfeuer hier. Jetzt gleich den Händow werden. Ständig gerade im Lagerfeuer. Jetzt durch den Lagerfeuer. Jetzt das Lagerfeuer Lied. Es ist ganz gemütlich hier. Hier ziehe auch noch ein. Spannende Glühwein trinken und hier gemeinsam mit Feuer sitzen und sich mit Geschehnissen Jetzt können wir hier noch einen Zaun hinstellen Zulang ist natürlich nur durch die Vordertür Sehr schön Schön erleuchtet das Haus Dann war es glaube ich Kommt hier rein und Braustand brauchen wir da auch Eine Jukebox Klazenspieler Kisten finde ich hier irgendwenig Jetzt ob es hier keine Kisten mehr gibt Stonetower von mir aus Trankstation Da müssen wir natürlich Schallplatten rein Kisten Kisten Die Mehl, die hier noch eins hin, nein, ja bei 12 würde ich sagen. Immer das kaputt machen, ja. Das Bild ist da drüben gerollt. Oh, schön. Das passt ja nicht hin. Oh je. Was habe ich denn da gemacht? Da war ich ein Stamm. Na dann. Das kleine Trickshaus da drüben. Und hier die Taverne. Sehr schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Frohe Weihnachten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.